Ich brauche Partner, die auf ihrem Fachgebiet Spezialisten sind, zum Beispiel Hersteller von Plexiglasplatten, die nur diese Plexiglasplatten oder Acrylplatten machen, die sich da auskennen, die Erfahrung haben. Genauso ist es bei den Brunnen, dass ich einfach Experten für Steine und Pumpentechnik brauche. Also was ich nicht brauche, sind zum Beispiel Leute, die alles machen, sondern ich konzentriere mich wirklich auf die Leute, die auf ihrem Gebiet Experten sind.